10 nach 12, willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Falsch geparkt wird ja immer und überall, aber gerade jetzt, rund um die Weihnachtsmärkte, wird es ja besonders eng. Ärgern Sie sich auch darüber? Stimmen aus Schwerin. Recht haben Sie, mit Bus und Bahn geht es natürlich viel einfacher. In der Vorweihnachtszeit, da klingeln ja wieder überall die Kassen. Das freut nicht nur den Einzelhandel, denn je mehr kaufwütige Menschen in die Innenstädte strömen, desto mehr Autos werden natürlich auch falsch geparkt. Und da kommen in Duisburg Marina Schön und Erol Dinsch ins Spiel. Die knüpfen sich nämlich die Parksünder rund um den Weihnachtsmarkt vor. Es ist schon dunkel draußen, so gegen 19.30 Uhr, als ein Triebfahrzeugführer auf der Strecke zwischen Krefeld und Neuss plötzlich einen stehenden Güterzug auf den Gleisen entdeckt. Geistesgegenwärtig zieht er die Notbremse und informiert dann auch die Passagiere. Doch den Aufprall kann er nicht mehr verhindern. Peter Böhmer ist für uns am Unfallort in Meerbusch. Wie geht es denn eigentlich den Verletzten? Die Fahrgäste können sich ja eigentlich bei dem Triebfahrzeugführer bedanken, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Wie gehen denn die Aufräumarbeiten voran? Wann ist die Strecke wieder frei? Das sieht ja immer noch ziemlich schlimm aus. Der Böhmer nach Meerbusch. Und nicht nur der Triebfahrzeugführer in Meerbusch hat geistesgegenwärtig reagiert, sondern auch ein Busfahrer und zwar auf der Autobahn 3 bei Oberhausen. Als der Reisebus plötzlich Feuer fängt, da fackelt er nicht lange und rettet die Passagiere. Die Anwohner in Chemnitz, die sind fassungslos. Als sie nämlich abends nach Hause kommen, da trifft sie regelrecht der Schlag oder vielmehr der Kahlschlag. Wo nämlich vorher Bäume standen und Vögel zwitscherten, ist plötzlich gar nichts mehr. Wirklich schon unglaublich. Immer wieder kracht es und immer wieder verlieren Menschen dabei ihr Leben. Längst hat die A6 im Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen den Ruf als berüchtigte Todesstrecke weg. Doch was ist der Grund für diese extreme Unfallgefahr? Bei der Wahl ihrer künftigen Mieter werden E.J. Todlecan und seine Lebensgefährtin jetzt wohl ganz genau hinschauen. Denn was das Vermieterpaar durchgemacht hat, gleicht einem wahren Albtraum. Ihren Mieter müllen nicht nur das Haus komplett zu, sondern attackieren sie auch noch mit dem Hammer. Ja, ein gesundes Misstrauen ist immer gut. Besonders, wenn sich jemand am Telefon als Polizist ausgibt. Immer öfter stecken Betrüger dahinter und auch auf den Enkeltrick, eigentlich uralt, fallen immer noch Senioren herein. Die Großmutter von Tina und Marcel Völkel hat dabei richtig viel Geld verloren. Das hoffen wir natürlich auch. Gehen Sie im Winter mit Sandalen vor die Tür, liebe Zuschauer. Wohl kaum, ne? Manche Autofahrer machen aber genau das, und zwar bei Eis und Schnee. Denn statt Winter haben sie noch die Sommerreifen drauf. Oft mit schlimmen Folgen. Die vergangenen Tage haben ja gezeigt, wie wichtig Winterreifen sind. Deshalb nehmen wir diese jetzt mal für Sie genauer unter die Lupe. Und noch was, wer nächstes Jahr neue Winterreifen kauft, der sollte auf das sogenannte alpine Symbol achten. Sie haben es gerade im Beitrag gesehen. Das dreigezackte Bergpiktogramm mit dieser Schneeflocke ist nämlich für alle Winterreifen Pflicht, die ab Januar 2018 hergestellt werden. Also das bisherige M&S-Zeichen reicht dann für neu produzierte Winterreifen nicht mehr aus. Das Wetter produziert ja in diesem Jahr viele Schlagzeilen. Da gibt es die zu nass, zu heiß, zu stürmisch. Irgendwie war alles dabei. Und diese Wetterkapriolen, die machen den Landwirten ordentlich zu schaffen. Auch jetzt im Dezember. Auf vielen Feldern im Norden sind die Böden komplett aufgeweicht und nicht befahrbar. Alles versinkt im Schlamm. An Aussaat und Ernte ist dabei nicht zu denken. Was macht ein erfolgreicher Versicherungsmanager, der bereits mit 58 Jahren in den Vorruhestand geht? Die meisten, die würden wahrscheinlich die Beine hochlegen und die Freizeit genießen. Christian Tack hat sich einer neuen Aufgabe gestellt. Und welche das ist, hat er unserer Reporterin Humaira Rhein auf ihrer Expedition zufällig verraten, die ihn zufällig dort trifft. Denn diese Zuschauerin hier, Svenja Paas, hat sie nach Hamburg geschickt. Und dort in die Habichtstraße. Und Hund ist auch dabei. Vielen Dank, Humaira Rhein, nach Hamburg. Jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, die sozusagen in zwei Welten lebt. Zum einen arbeitet Johanna Hess als erfolgreiche Anwältin. Zum anderen stemmt sie mehrmals die Woche schwere Gewichte, um als Bodybuilderin und Fitnessmodel erfolgreich zu werden. Wir haben mal die sympathische junge Frau in ihrer Heimatstadt London besucht. Ja, und fit sind die Kollegen vom ZDF-Mittagsmagazin natürlich auch. Und halten Sie jetzt weiter auf dem Laufenden unter heute.de im Internet. Bleiben Sie zudem rund um die Uhr aktuell informiert und wenn Sie morgen wieder Drehscheibe schauen. Ich freue mich schon. Tschüss, ich zähl auch Sie.